Notenmarathon von Michaela Kilian Lektion 6 Übung 2 Hallo, mal schauen, ob du die Noten C bis G in einem schnelleren Tempo lesen kannst. Okay, wir üben jetzt die Noten C, D, E, F und G. Okay, wir üben jetzt die Noten. Okay, wir üben jetzt die Noten. Okay, wir üben jetzt die Noten. In der nächsten Übung wiederholen wir die Noten vom großen C bis zum kleinen C. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch. Bis zur nächsten Übung.